...hebt in den Hansen. Du weißt es nicht. Sowas geht schnell vorbei. Und dann kommt es nie wieder. Vielleicht ist es so, dass jeder Mensch nur einmal im Leben wirklich richtig glücklich ist. Einmal. Und dafür wird er dann hinterher bestraft. Das ganze Leben lang. Die Strafe ist, dass er diesen einen Moment nie vergessen kann. Ich glaube, am besten ist es, wenn du dich im richtigen Moment verabschiedest. Und zwar dann, wenn du am glücklichsten bist. Genau dann. Am höchsten Punkt. Wie still ist es? Wie still ist es? Das ist dasounced. Wie still ist es? Untertitelung des ZDF, 2020